Ein Boss! Yo, den brauchen wir unbedingt! Und alle, die auf TikTok unterwegs sind, wissen, dass es nur ein Warnherrscher der Sporthalle gibt. Simulan! Ich hatte unglaublich Bock, den Laschak als den finalen Boss in der Sportunterrichtswelt in meinem Herr-Armball-Spiel zu programmieren. Also markiert die bitte alle, damit er zustimmt und bei dem Spielen mitmacht. Simulan!